Hallo und herzlich willkommen. Hier gibt es keinen Kabel-Salat. Hier dreht sich alles im Wireless-Laden um drahtlose Netzwerke. Mein Name ist Toni und ich betreibe den YouTube-Kanal Wi-Fi Tube. Ich lade hier in regelmäßigen Abständen Videos rund um das Thema WLAN auch, ob es um Sicherheit und Hacking geht, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung oder das Design. Zum Beispiel werde ich erklären, wie ihr am besten ein Access-Point platziert, wenn ihr euren Garten mit WLAN versorgen wollt oder auch ein größeres Bürogebäude oder eine Lagerhalle mit WLAN ausstatten wollt. Beruflich verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit WLAN. Ich bin zum Beispiel dafür zuständig, bei einem der größten deutschen Industriekonzerne für zuverlässiges und innovatives Drahtlos-Netzwerk weltweit zu sorgen. Außerdem habe ich auch sehr, sehr viele Zertifizierungen. Meine höchste Zertifizierung ist der Certified Wireless Network Expert. Diese Zertifizierung gibt es weltweit weniger als 400 Mal, in EMEA sogar nur 82 Mal und ich bin stolz, sogar der einzige mit dieser Zertifizierung im Osten Deutschlands zu sein. Da ich viel Zeit mit WLAN verbringe und dadurch immer auf interessante Themen und Probleme stoße, möchte ich diese hier teilen. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und bis bald.